Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch wieder mal einen Füllfederhalter aus dem Hause Pen BBS vorstellen und zwar geht es heute um den Pen BBS 494. So sieht er aus, so kam die Packung zu mir. Sieht so ein bisschen verdrückt aus, das hat die Post leider nicht besser hingekriegt aus China, mir den über Aliexpress bestellt und wie immer will ich ein bisschen was zu der Firma Pen BBS sagen, dann euch den Füllfederhalter beschreiben, danach machen wir Maße und Gewicht, dann machen wir eine Schreibprobe, dann sage ich euch was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Pen BBS 494 und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee, da verrate ich euch, ob ich ihn mir wieder kaufen würde oder eher nicht und wenn ihr Interesse habt, natürlich was ihr dafür ausgeben müsstet, wo ihr ihn bekommen könntet. Dann geht es jetzt los. So kam er zu mir, der Pen BBS 494 in dieser Box hier. Das ist hier oben so eine Kunststoffhülle, die auf eine Pappbox geschoben ist und ihr seht schon, die Post hat da auf dem Weg von China, den habe ich mir bei Aliexpress geholt, bis hierher hat die ganze Arbeit geleistet und ja, so kam die Packung hier an. Hier hinten seht ihr noch mal das Modell, also Pen BBS 494. Ich kann das mal versuchen hier noch ein bisschen näher heranzuziehen. So, da könnt ihr das auch besser sehen, genau. Pen BBS, da ist der Hersteller, dann also hier seht ihr den Hersteller, dann 494 die Modellnummer und hier seht ihr feine Feder. Ja, mehr ist hier hinten nicht drauf, jedenfalls nicht mehr als oder von den Dingen etwas, was ich und ziffern kann. Hier steht noch 2021. Vielleicht ist er da rausgekommen, kann ich auch nicht genau sagen oder hergestellt worden. Jedenfalls sieht es so aus. Also auch wenn sie okay wäre, sage ich mal, wenn die Post jetzt da nicht ganze Arbeit geleistet hätte, wäre es jetzt auch keine Verpackung, die man hernehmen würde, um auch nur im entferntesten, die als Geschenkverpackung zu sehen. Aber ich muss euch eins sagen, wir reden hier von einem Füllfederhalter, der inklusive Versand, also ein Kolbenfüllfederhalter, der inklusive Versand 4,50 Euro kostet. Also insofern ist das das Einstiegsmodell von Pen BBS. Wir nehmen den mal raus, nehmen auch mal den Füllfederhalter raus und gucken uns mal die Pappe an. Also die zerlegt sich hier noch ein bisschen selber. Das kann man hier wieder reinstecken, dann hält es einigermaßen noch zusammen, aber da ist nichts dran, was sich irgendwie noch weiter lohnen würde anzuschauen. Packen wir auch nebenhin. Der Füllfederhalter selber kommt hier noch mal in so einer Plastiktüte. Er ist transparent. So habe ich ihn mir geholt. Den gibt es auch noch in verschiedenen anderen Farben. Dieses Acryl finde, er sieht sehr schön aus. Ich mag Kolbenfüllfederhalter und insofern habe ich mir gedacht, hier auch mit dieser klassischen Form, den hole ich mir mal und stellen euch hier vor. Ja, dann fangen wir mal mit der Kappe an und gucken mal, wie lange wir da brauchen, bis wir die abdrehen können. So, jetzt haben wir ganz zu. Dann sind wir jetzt bei einem Mal. Also nach einer Umdrehung ist die Kappe ab. Das ist schon mal sehr gut. Dann schauen wir uns die Kappe mal näher an. Hier oben der Kappenkopf, der lässt sich nicht lösen. Der ist auch aus Acryl, so wie der ganze Füllfederhalter. Hier oben so ein bisschen schön gemacht, wie so ein Kaleidoskop ähnlich. Seht ihr hier unten unter dem Kappenkopf nach dem Ring des Clips. Das sieht ganz nett aus. Wie gesagt, wir reden immer von einem Füllfederhalter für 4,50 Euro. Kunststoffgewinde, hier auch. Kunststoffgewinde, also das passt sehr gut. Transparent, schön, kann man wenig zu sagen, also sieht gut aus. Der Clip ist nicht zu fest, nicht zu locker, funktional, gut gearbeitet. Würde ich mir auch keine Gedanken darüber machen. Legen wir eine Kappe nebenhin. Dann kommen wir hier zum Kolbenfüllfederhalter an sich. Das Griffstück erinnert so ein bisschen an Lamy. Ihr seht es hier. Das hat so, hier kann man es ganz gut erkennen. Das hat so, ich sage mal, Führungen für die Finger, wie ihr den Füllfederhalter dann auch halten könnt. Ich finde es nicht unbequem. Manch einen könnte es stören. Mir gefällt es. Also wie gesagt, erinnert so ein bisschen an die Lamy Safari oder AL Star vom Griffstück her. Ansonsten der Tintenleiter transparent. Das finde ich sieht sehr gut aus. Wir werden mal sehen. Nachher noch ein bisschen Tinte eingefüllt. Mal gucken, wie das dann ausschaut. Dann haben wir hier die Feder. Marshmallow Shanghai. Das ist die typische Pen BBS Feder. Auch schön gearbeitet. Ist eine feine Feder. Ihr seht es da unten. Das ist auch beschrieben. Also alles so, wie es sein muss. Hier ist noch mal ein Gummiring zum zum Abdichten, wenn man dann die Kappe wieder aufdreht. Also insofern auch sehr schön gemacht. Also auch nicht billig hergestellt. Der Schaft auch transparent drin. Der Kolben, der dann auch hoch und runter bewegt wird. Und das finde ich jetzt so ein bisschen außergewöhnlich. Wenn man hier nämlich jetzt aufdreht, dann hört er so ein leichtes Knacken. Das heißt, der ist aus der Arretierung herausgekommen, der Kolben. Und dann dreht er jetzt hier so runter. Und dann seht ihr schon hier oben, wie sich dieses Metallteil mit raus schraubt. Das ist dann irgendwann ganz draußen. Und dann müsst ihr das ein bisschen reindrücken, bis er ganz unten ist, der Kolben. Und dann könnt ihr, indem er das wieder festschraubt, seht ihr, wenn er dann die Tinte hochzieht, schraubt sich das oben wieder fest. Und dann dreht ihr weiter. Und dann hört er wieder das Knacken. Und dann ist der Füllfederhalter auch geschlossen. Also ich hoffe, der ist dann auch dicht. In der Form, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das hier noch nicht gesehen, dass sich auch dieses Teil, also der Kolben oder die Kolbenmechanik mit herausdreht bei jedem Befüllen. Mal gucken, wie das nachher dann wird. Also das finde ich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, ansonsten hier auch am Schaft, Schaftende Kunststoff. Ja, sieht jetzt auch nicht wahnsinnig wertig aus. Aber ihr seht auch hier wieder, hier hat man sich so ein bisschen Mühe gegeben, da so ein bisschen, ja, wieder kaleidoskopartig in die, in das Schaftende da was hineinzubringen. Das sieht schon nicht schlecht aus. Wenn man bedenkt, für 4,50 Euro bekommt man diesen Füllfederhalter inklusive Versand. Ja, was bleibt noch zu sagen? Pen BBS, ich habe es in einem meiner anderen Videos schon dargestellt, das ist nicht nur eine Firma, die Füllfederhalter herstellt, sondern das ist auch eine Fountain Pen Community. Also das heißt, hier haben sich Füllfederhalterfreunde, haben sich, da habe ich schon mal benutzt, das Wort, finde ich immer noch gut. Die haben sich hier zusammengeschlossen und mache auch Füllfederhalter, nach ihrem eigenen Geschmack, nach ihrem eigenen Gusto und also hier Enthusiasten bauen ihre eigenen Füllfederhalter. Von der Form her, ich stecke noch mal zusammen und schraube noch mal die Kappe auf, könnte man sagen, ja, könnte so ein bisschen orientiert sein an einem japanischen Modell, dem 78G Plus oder 78G. Ja, ich weiß es nicht genau, ob das so ist, aber es gibt sehr viele, die so in diesem, gerade bei diesen transparenten Füllfederhaltern, die so in einem Stil sind. Vielleicht auch von Wing Sung, gibt es auch ähnliche Modelle, da kann man auch nicht, ich sag mal sagen, ob der jetzt, wer da zuerst da war, aber auf jeden Fall finde ich, für 4,50 Euro wirkt er sehr schön, man hat sich ein paar Gedanken gemacht, das sieht nicht 0815 aus und ja, wirkt sehr gut. Okay, dann stellen wir hier wieder scharf. Zack. So, jetzt. Und dann kommen wir als nächstes zum Maßen und zum Gewicht. Maße und Gewicht. Der PEN BBS 494 ist ein Leichtgewicht. So wie er hier vor euch liegt, befüllt mit Tinte, ich habe mich übrigens hier, zeige ich es euch mal, für die Metzger und Mändler Tinte in Türkis entschieden. So wie ihr hier vor euch liegt, oder wie ihr hier vor euch seht, wiegt er 15,7 Gramm, also ein absolutes Leichtgewicht. Im geschlossenen Zustand, so wie ich ihn jetzt hier halte, misst er 14,4 Zentimeter. Ohne Kappe, also schreibbereit, so wie ihr jetzt auch hier in meiner Hand seht, da misst er 12,8 Zentimeter und mit aufgesteckter Kappe, will ich euch auch mal zeigen, und das geht nämlich auch ganz gut, die hält hier wirklich sehr, sehr gut, die geht fast gar nicht wieder ab, also kein Problem, da misst er 16 Zentimeter. Hier seht ihr auch, das habe ich ja vorhin so ein bisschen Bedenken gehabt, weil die ganze Mechanik sich da rauslöst, aber ihr seht, hier geht nichts durch, die Tinte bleibt hier unten und hier oben ist komplett tintenfrei, also da braucht ihr auch keine Angst haben. Was ich auch noch zeigen wollte hier, das finde ich, sieht sehr gut aus. Gucken wir mal das hier ein bisschen, muss ich mal ein bisschen ranfokussieren, so, passt mal auf. Ich finde hier, wenn ihr so den Tintenleiter seht und vorne in der Feder bei dem Luftloch, da sieht man es dann auch durch, das sieht fantastisch aus mit dieser türkisenden Tinte, also wirklich sehr, sehr schön. Auch hier unten, ich drehe das noch mal so ein bisschen, also wirklich macht was her. Wie gesagt, 4,50 Euro. Ich finde, das sieht klasse aus, hier sieht man es auch noch mal. Also ein wirklich, wirklich schönes Stück und dann kommen wir als nächstes zum, nachdem ich hier wieder den Fokus eingestellt habe, dann kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Pen BBS 494 mit einer feinen Feder. Die Tinte ist Metzger und Mändle, Türkis. Das Papier ist wie immer Clairefontaine, DCP 160 Gramm. So, dann könnt ihr mal wieder hören, wie der Stift hier über das Papier gleitet. Also ich muss sagen, klingt sehr gut für eine feine Feder, sehr weich, nicht kratzig, minimales Feedback, wirklich eine tolle Feder. Muss ich sagen, die Marshmallow, also Pen BBS. Auch bei dem günstigen Einsteiger-Modell habt ihr nicht an der Feder gespart. Dann haben wir jetzt im Moment offen gelassen, gucken wir mal, ob er gleich da ist und machen mal schnelles Schreiben. Ja, sofort da. Muss man auch sagen, Feder kommt mit. Gibt es keine Einschränkungen. Verkehrt herumschreiben. Schauen wir mal, wie das geht. Deutlich kräftigeres Feedback. Ja, ist dann mehr wie extra fein, sage ich mal. Aber auch nicht wirklich so unangenehm, dass man sagt, nee, das geht eigentlich gar nicht. Ja, dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Variation reinbekommen. Mit aller Vorsicht, muss man mal gucken. Ja, ein bisschen, bisschen Variation ist rein zu bekommen, aber nicht wirklich viel. Aber, wie gesagt, für eine feine Feder ist das schon gar nicht schlecht. Ist ja auch keine Flexfeder. Also alles in allem, muss ich sagen, sehr angenehm. Tintenfluss finde ich für eine feine Feder auch sehr, sehr gut. Ja, aber auch nicht überragend, aber gut. Also kann man nicht meckern. Ja, so viel dazu. Und dann erzähle ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am PEN BBS 494. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am PEN BBS 494? Also mir gefällt gut, dass es ein sehr kostengünstiger Füllfederhalter ist. Für 4,50 Euro bekommt ihr hier ein hervorragendes Schreibgerät. Da ist der Versand schon mit drin. Da gibt es keine Probleme. Die Feder ist butterweich. Mir gefällt auch dieser, ich zeige es euch hier nochmal, dieser transparente Tintenleiter. So kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Hier, schaut mal. Das sieht schon sehr gut aus, finde ich. Auch vorne an der Feder mit diesem türkisfarbenen Punkt, der dann in diesem Luftloch davor scheint. Also das sieht aus meiner Sicht sehr, sehr gut aus. Mir gefällt auch, dass PEN BBS nicht nur ein Hersteller ist, sondern dass es eine Gemeinschaft ist von Menschen, die Füllfederhalter mögen. Na klar, die werden auch davon leben, dass sie Füllfederhalter verkaufen. Aber ich finde, wenn so ein Grundinteresse da ist, ist mir das sehr sympathisch. Und deswegen finde ich die PEN BBS Sachen auch so, von der ganzen Herangehensweise, finde ich die sehr sympathisch. Es ist ein absolut angenehmes Schreiben. Ihr habt es selber gehört. Eine super weiche Feder. Für eine feine Feder. Wieder ganz toll verarbeitet. Klasse. Auch die hochwertigen PEN BBS hätte man jetzt annehmen können, okay, die haben noch bessere Federn. Beziehungsweise umgekehrt, beim 494, dem Einstiegsmodell, da spart man jetzt ein bisschen. Ne, kann ich nicht sagen. Also ich finde, die Feder ist ganz hervorragend. Der Tintenfluss ist ganz hervorragend. Es ist die typische, klassische Form, Füllfederhalter. Wenn man das mag, hat man, glaube ich, hier ein ganz gutes Schreibgerät. Was gefällt mir weniger? Ich habe es euch gezeigt. Ich kann es euch jetzt hier nicht nochmal zeigen, weil sonst geht mir hier die ganze Tinte raus. Hier oben diese Mechanik, die zerlegt sich, wenn ihr den Füllfederhalter befüllt. Beziehungsweise wenn ihr den Kolben herausdreht. Aber ihr seht auch so, sie ist dicht. Da läuft nichts dahinter. Insofern ist es etwas ungewöhnlich. Ich glaube, das kann man noch ein bisschen besser machen. Vielleicht kann man das noch irgendwie mit dem nächsten Update noch verbessern, dass eben dieses Gewinde sich da oben nicht löst. Aber ansonsten, muss ich sagen, habe ich nichts an dem Füllfederhalter auszusetzen. Schönes Gerät. Klassischer Stil. Pilot 78G, G+, angelehnt. Mag sein. Ja, vielleicht auch Wing Sung oder Wing Sung hat sich, also dieser 3003 ist es, glaube ich, der ist so ein bisschen in diese Richtung, hat sich, glaube ich, wer sich da bei wem angelehnt hat, das vermag ich nicht einzuschätzen. Aber es ist, wie gesagt, das eine klassische Form. Es gibt ganz viele Füllfederhalter. Deswegen würde ich hier auch nicht von einem Klon von irgendwas sprechen. Ja, würde ich mir wieder kaufen. Für 4,50 Euro bei AliExpress auf jeden Fall. Ich finde es ganz fantastisch. Ich zeige es euch nochmal, aber kann ich mich gar nicht dran satt sehen. Also, das hier ist einfach, mal gucken. So, jetzt sieht man es, glaube ich, einigermaßen, dass der hier fokussiert. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dieses Türkise hier in dem Tintenleiter sieht schon sehr gut aus, muss ich sagen. Also, das gefällt mir sehr gut und allein dafür, finde ich, ist es das wert. Der ist solide gearbeitet mit diesem kleinen Makel, den er da hat, der aber im Betrieb, sage ich mal, nicht ins Gewicht fällt. Kann man sich holen und für 4,50 Euro macht man nichts falsch. Ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir erzählt, vielleicht habt ihr ja ein 494 von PennBWS. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Schreibt eure Feder auch so butterweich, würde ich euch wiederholen. Das alles könnt ihr mir in den Kommentaren mitteilen. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Penn.